Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Sagerland und zwar der Edition Wintermärchen. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Sagerland Wintermärchen. In diesem Video zeige ich euch den Aufbau, ich zeige euch die Abläufe und abschließend gibt es noch ein kleines Fazit. Ja, Sagerland ist ein unheimlich erfolgreiches Kinderfamilien-Spiel seit vielen, vielen Jahren. Der eine oder andere springt vielleicht gleich zum Fazit. Ich werde euch den Aufbau und die Abläufe nochmal zeigen, bevor ich noch ein ganz kurzes Fazit ergänze im Verlauf dieses Videos. Ravensburger ist der Verlag und die Autoren sind Alex Randolph und Michael Matschos. Es ist ein Kinderfamilien-Spiel für zwei bis sechs Personen. Oftmals ist ja auch nur möglich mit bis zu vier Personen sowas zu spielen. Nein, hier ist es möglich mit bis zu sechs Personen zu agieren und Altersangabe steht hier ab sechs Jahre drauf. Wunderschön, illustriert und wir tauchen auch gleich ein in dieses Wintermärchen, in diese Winterlandschaft. Wie man es gewohnt ist, jetzt richtig schön gemacht mit diesen Glitzerbäumen, die hier auf die jeweiligen Felder bzw. nebendran platziert werden. Ja, der Spielplan wird aufgebaut, aufgeklappt und was jetzt noch fehlt, sind die einzelnen Bäume. Und am Anfang, ich zeige es am besten von der Perspektive, werden die einzelnen Plättchen, die Chips mit diesen Geheimnissen einfach hier drunter platziert. Und jetzt werden alle Bäumchen gemischt und dann neben dieses gelbe Feld dann platziert. Ich habe es aufgebaut für jede oder für alle Personenanzahl. Dann sieht man auch schon mal die Holzfiguren, das heißt die Spielfiguren, die stellt man ins Dorf. Und was jetzt noch fehlt, sind die einzelnen Geheimnisse bzw. die Suchkarten. Die werden gut gemischt, das oberste Plättchen wird offen hier platziert. Ja, die Würfel legt man parat und unter Umständen legt er auch die wunderschönen Geschichten, wirklich schön gemacht, die man als Vorlesemöglichkeit dann nutzen kann, zu den einzelnen Symbolen. Das ist toll gemacht, toll gelöst, erneut. Die legt man einfach griffbereit zur Seite. Das sind wirklich schöne Ergänzungen. Aber ansonsten beginnt man mit diesem Spiel. Und Aufgabe ist es, genau diese jeweiligen Chips zu finden, abhängig von der Suchkarte. Und ja, wenn man beginnt, dann würfelt man erst einmal mit beiden Würfeln. Ja, eine 4 und eine 5 habe ich gewürfelt. Ausgehend von diesem Feld zieht man jeden Würfel separat. Und unter Umständen, ja, landet man vielleicht hier, jetzt muss ich ein Beispiel machen, wenn man jetzt hier mit dem 4er zieht, 1, 2, 3, 4 auf eine Position, wo eine Figur sich befindet. Ja, dann wird diese Figur einfach zurückgeschickt, heimgeschickt, zurück ins Dorf. Vielleicht landet man aber auch auf so einem Feld, wo so ein Symbol abgebildet ist, also auf so ein gelbes Feld. Und dann darf man unter das Bäumchen dann schauen. Und hoffentlich ist es auch das Symbol, was gesucht wird. Naja, man sollte sich nicht dazu äußern und sich möglichst alles merken, was mir auch nach Jahrzehnten immer noch schwerfällt, sich die einzelnen Symbole zu merken. Wenn man aber was gesehen hat, und das passt genau zu dem Suchbegriff, wird man sich erst einmal nicht äußern. Man wird aber versuchen, ganz schnell zum Schluss zu laufen, und zwar auf diese jeweilige Position, auf dieses Feld mit der Krone. Und da muss man genau drauf kommen. Wenn man es mit dem ersten Würfel schafft, dann verfällt der zweite Würfel. Das als kleiner Hinweis. Und dann, ja, ist man hier angekommen. Und jetzt geht es darum, den jeweiligen Baum aufzudecken. Man geht ja auch hin und weiß genau, wo das drunter ist. Aber unter Umständen sagt man, so wie es mir geht, sagt, ja, das war der Baum. Nee, und zwar doch nicht. Das heißt, ich schaue mir das an für mich. Übrigens, wenn ihr drunter schaut, schaut ihr das Symbol immer für euch an. Die anderen sehen das nicht. Aber, ja, ich bin hier drauf gelaufen, habe gedacht, das ist das Bäumchen, um das euch einfach zu demonstrieren. Es war einfach falsch. Und weil es so blöd gelaufen ist, muss ich meine Figur auch zurück ins Dorf setzen. Es kann aber auch sein, bei Kindern ist es der Fall, sie finden einfach das richtige Bäumchen. Ich hätte es wahrscheinlich unter allen schauen können. Ich hätte es wahrscheinlich immer wieder falsch gemacht. Aber, naja, ist man da angekommen und das jeweilige Kind, sage ich jetzt einfach mal, weiß genau, wo der Baum ist, dann zeigt man das und erhält als Belohnung diese Suchkarte, beziehungsweise dieses Kärtchen und legt es vor sich ab. Drei dieser Kärtchen benötigt man ja auch, um das Spiel zu gewinnen. Anschließend wird dann auch gleich ein neues Kärtchen offen platziert. Unter Umständen bleibt die Figur dann einfach hier sitzen. Wenn sie wieder am Zug ist, weiß sie vielleicht, wo der nächste Such- oder der nächste Chip ist. Ist man sich unsicher, naja, dann geht man einfach wieder zurück, beziehungsweise erkundet weitere Bäume, weil unter irgendeinem dieser Glitzerbäume muss sich ja der jeweilige Chip dann auch befinden. Das als kleine Information, was jetzt die Abläufe angeht. Ein Punkt habe ich aber vergessen. Jetzt drehe ich das hier wieder schön rum, wobei ich kann auch eine 3 in eine 3 nehmen. Also, wenn man ein Pasch würfelt, und Pasch bedeutet gleiche Zahl, und zwar auf beiden Würfel ist es ersichtlich. Und was macht man dann? Dann zaubert man. Und je nachdem hat man da einige Optionen. Man darf beispielsweise auch auf ein beliebiges Feld, also ein beliebiges freies Feld, also ein gelbes Feld dann ziehen und unter dem Baum schauen. Vielleicht hat man aber auch schon viele Bäume erkundet. Und was macht man dann? Dann geht man ganz klar hier weiter zum Schloss, und zwar nicht auf die Krone, sondern auf diesen Schlittschuh. Und was bringt einem das? Naja, die oberste Karte, das oberste Kärtchen, das zaubert man quasi weg. Das heißt, die ganzen Karten werden neu gemischt, und die oberste wird dann einfach wieder aufgedeckt. Und es ist die gleiche, kann ja auch passieren, dann bleibt sie definitiv auch liegen. Eine Ergänzung muss ich euch aber noch liefern, weil, naja, man zuckt es sich aus. Man darf mit dem Pasch auch ziehen, oder man darf ihn verwenden zum Zaubern. Das bleibt jedem Kind dann selbst überlassen. Und wann endet das Spiel? Naja, ich habe es ja von vorhin schon gesagt, es gilt hier drei dieser Geheimnisse zu entlüften, beziehungsweise zu bekommen, und dadurch hat man das Spiel gewonnen. Und damit bin ich beim Fazit von Sagerland, Wintermärchen. Ich glaube, zum Spiel Sagerland muss ich nicht mehr allzu viel sagen. Ein Spiel, was sicherlich auch viele schon seit Jahrzehnten begleitet. Einfach ein tolles Spiel, ein Spielerlebnis, und das knüpft auch an gewisse Erinnerungen. Und auch die habe ich jetzt hier bei diesem Spiel. Passend zur Jahreszeit, abhängig davon, wann ihr das Video schaut, gibt es jetzt diese Edition Wintermärchen. Es bleibt beim klassischen Mechanismen, den man kennt, den man mag. Und jetzt verpackt in so eine Winterlandschaft ist es wirklich ein richtig schönes Kinder-Familien-Spiel. Ich denke, aufgrund der Illustration, aufgrund des Themas, aufgrund des Spiels, konntet ihr euch schon eure Meinung bilden, ob das was für euch ist. Aber Sagerland zählt einfach zu den erfolgreichsten Kinder-Familien-Spielen der letzten Jahre, Jahrzehnte. Es ist ab sechs Jahre, das passt von der Altersangabe, können je nachdem, und die Kinder sind fit in der heutigen Zeit, auch durchaus schon fünfjährige Spielen. Aber das müsst dann ihr für euch entscheiden. Aber der Vorteil ist, dass man bereits mit bis zu sechs Personen, oder mit bis zu sechs Personen generell spielen kann. Also zwei bis sechs Personen spielen hiermit. Das geht auch recht schnell, sofern ich mitspiele, geht es ein bisschen länger. Aber so um die 20, 30 Minuten muss man rechnen für eine Partie. Und je nachdem begrenzt ihr es auf die Anzahl der Plättchen. Aber das sollte passen, länger solltet ihr nicht spielen. Schön sind auch diese Kärtchen, die hier beigefügt werden, die man als Vorlesemöglichkeit dann einfach nutzen kann, was die einzelnen Märchen und Geschichten angeht. Es ist auch wirklich schön, das jetzt beizufügen. So hat man wirklich nicht nur ein Spiel, sondern quasi ein Spiel in einer Märchenwelt, wo man auf das ein oder andere Märchen dann eingehen kann. Das ist auch, was die Illustrationen angeht, wirklich sehr schön gemacht. Das zu einer kurzen Spielvorstellung eines sehr, sehr erfolgreichen Klassikers. Jetzt in einem neuen winterlichen Gewand. Aktuell, denke ich mal, passend zur Jahreszeit, je nachdem, wann ihr es schaut. Wenn es was für euch ist oder habt ihr irgendwelche Ergänzungen, dann dürft ihr es gerne kommentieren. Das Spiel bekommt ihr teilweise im Handel, beziehungsweise nutzt gerne auch die unten genannten Links, um uns beispielsweise zu unterstützen. Wir müssen auch keine Spiele sein, aber die Entscheidung trifft wie immer eher für euch. Das war's mit allen Informationen zu Sagerland Wintermärchen, ein Spiel aus dem Hause Ravensburger. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald. Das war's mit allen Informationen,